Yo Leute was geht ab und damit herzlichen Willkommen zurück zu League of Legends Wir zocken jetzt nochmal die Katharina im Ranked Ähm, da die letzte Runde mit dem Yasu ja, äh, mit dem Lee Sin wieder mal vorne in die Buchse ging Ich hab jetzt mal in der Mitte die Katharina bekommen Und, ähm, wir sind jetzt auch wieder im Ranked Und die Gegner meinen, von wegen, dass der Xing, die haben nämlich einen Xing-Sower als Support Dass der, äh, trollt Das würde bedeuten, dass wir mal Glück hätten Und mal die anderen, die den Troll haben So, mein Hauptziele sind jetzt erstmal dann zu fahren Komm, spreche ich da aus, verkack ich den Last Hit Spiele nie fehlen Erstes Blut gegen Andarius Schon nicht so geil Oh, ich bin all level 3 Verpässt dich Boah, die hat doch nur knapp überlebt, die alte Hexe So, fix auspushen und dann zurückgehen Äh, Hackerin könnte bot kommen Ähm, ich wollte mir wieder den, den, den Proto-Belt holen Und da, oh man Bin wir erstmal auf jeden Fall auf den Ich hab nur 3 Pods Ja, ich hab leider keinen Ignite Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die Ist die geflasht? Ist die Ari geflasht? Ich weiß ja nicht Ich weiß nicht, ob die alte Sau geflasht ist Den sollten wir haben, dann können wir die noch machen Okay WTF, lass mich doch dazu mit Minion, Alter, was ist denn mit dir los, ey? Na, ich kann den Sprung jetzt leider nicht machen Ups Okay, den konnte ich auch wieder dodgen Jetzt leuchtet eigentlich auf meiner Lane noch ganz gut Ich komm an Farmen ran, wahrscheinlich wird sie mehr haben, der ist ja weniger Noll Okay, den hab ich gekriegt Awesome Raze Oh, der Ganken kommt Das ist der Hackerin, fährt mich schon wieder Hier geht den glaub ich ganz schön auf die Ketten Den Dolch kann ich jetzt nicht wieder nehmen Ah, ich glaub der, das schafft er nicht mehr Den hab ich, Bullshit Okay, den Kill hab ich gekriegt Warum? Weil ich es fand Ich weiß nicht wo die Ari ist Ari ist in der Mitte Und der Gage nicht Nein, ich geh Wieder zurück in die Mitte Bleib nah bei Fremd Unauswindbar für Feind Hiyaa Haa Huah Okay, wo ist die Ari? Ich liebe es Da ist die Ari, die war schocken, die alte Hexe Da ist die Ari, die war schocken, die alte Hexe Okay Ah, ich will die erst wieder zu mir pushen lassen Das macht's auch sehr schön Ha! Huah! Luft für Noxus! Huah! 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 Okay, Doppeltötung für uns, Baby Und den Drake haben wir aufgekriegt Ja, den Drake haben wir aufgekriegt Und einen Kill hab ich auch gekriegt. Kill für Papa. Ich hasse das, wenn die immer so viel pingen. Muss das immer sein? Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Stress doch nicht so. Ich war doch schon auf dem Rückweg. Warum muss man dann noch dreimal dieses Gefahr ping ping? Gefahr ping ping. Warum? Ich versteh's nicht. Mal ganz im Ernst. Ich war auf dem Rückweg und hab den Ping somit verstanden. Warum wird dann noch dreimal gepingt? Nur um die Leute auf die Kette zu gehen. Das ist so schlimm, ne? Ich finde das ist so schlimm. Ich finde das ist so schlimm. Dieses Dauergespamme von den Pings. Wenn man jetzt gesehen hat, der will vielleicht engage in. Okay, dann kann ich ihn verstehen, aber man hat doch schon gesehen, dass ich auf dem Rückweg bin. Warum wird dann noch viermal gepingt? Okay, das Gute ist, die Ari verhaut so gut wie jeden ist. Ich hätte jetzt natürlich noch mal mit dem Programmel zurück, äh, noch mal engagen können. Ich bin zwar ein Level über den, aber das hat nichts zu bedeuten. Ich meine, gut, der hat auch wenig Mana. Nichtsdestotrotz ist das scheiß Pony. Und der hat auch noch einen Kürbiskopf. Ja, die Ari ist weg. Und jetzt geht's los. Der Dings ist... ... rausgeflogen. Wow. Wapp. Alles gut, alles easy. Eine alte Chillmere ist kein Problem. Das ging auch noch mal ganz gut. Kein Zurück. Hätte ich gerade die Ignite gehabt, hätte ich so ge... ... fie... ... die Ari. Spiele nie fair. Ja. Huwa! 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 Shuja. Huw. Huwa! Wenn ich ihre Q jetzt raushauen würde, würde ich ein Gage machen, weiß ich nicht. Das ist eine Schlaue. Das ist die Power of Protobelt. Oh mein Gott, mein Bro stiert. No, Bro. Tod. He's dead. Der Gegner hat einen Punkt zu verloren. Hoppala. Kommt der Dings auch noch? Wenn er da auf die Runde kommen würde, hätte ich ein Problem so nicht. Eins gegen eins könnte ich den kaputt machen. Oh shit, aber da ist noch ein Dings. Lebt die Krug vorne noch? Komm, ah fuck. Ich wollte noch ein Baiten. Hast du dir so gedacht, wa? Darius, du Fickgesicht. Weiß ich wieviel... Oh shit, da steht schon 6 zu 2. Okay, die gehen sich in Breakhold. Ich liebe es. Okay, da. Zing. Hätte ich den Olaf jetzt noch im Nacken, wäre alles gut gewesen. Ich habe mich entschieden. Aber so hatte ich Schiss. So hatte ich Schiss gehabt. So hatte ich Schiss gehabt. Ich wollte sie gerade pingen. Ich wollte sie gerade pingen, aber dabei... ... habe ich ein Movement ausgeführt. Shit. Oh, der Olof, der wird mad, glaube ich. Oh, der Olof, der wird mad, glaube ich. Aber da hat die dann auch immer so viel im Dings schreiben müssen, ne? Statt die jetzt einfach die Fresse halten, wer hier wo toxic oder mad ist oder Fick dein Vater, alter. Das interessiert doch überhaupt keinen mehr. Ich hatte hier nicht einfach die Fresse halten und zocken. Nein! Die rollen auch noch rum. Die reiten auch rum. Schreiben nonstop im Chat. Äh, ich bin ne kleine Pussy. Ich habe mir ein Jungferneutchen eingerissen anstatt zu zocken. Und darauf zu achten, alter, weil wir... ... gerade sowieso schon in Unterzahl sind. Nein, die heulen rum. Jetzt bin ich ungeheult. Die steht da immer noch rum. Oh shit. Oh shit. Ah shit, und ich bin geflasht, ich pack nase. Ich hätte nicht flaschen dürfen. Damn! Okay, erster Fehler, aber gut diesmal erster Fehler. Erst in der 17. Minute. So, ähm, ich werde mir jetzt auf jeden Fall erst mal... ...dat gönnen, dat gönnen und dann dat gönnen, dann denke ich. Ja, ich hätte mir auch gerne erst den komplett gekauft, aber... ...ich brauch Schuhe. Ich bin langsam zu slow, ja. Aber wie ihr seht, ne, ein Fehler dann im Nachhinein, dann direkt, ähm... ...ist der Tower direkt weg. Ja. 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 Ja, ich. Ich glaube, ich werde noch nie von Herrn zögern. Doch. Ich habe nur noch vieles. Ich habea von Herrn übrigens nicht mehr zu können. Schuhe, dass ich ihn mir in der Zeit Koch spenden. Die Dings, die hab ich gar nicht mehr gesehen War vielleicht auch nicht so geil Die Sivir Ah Oh shit Ah Rolo Hab ich nur gekriegt Ends auf Dings hin Ich hab nicht mehr viel HP Ich will hoffen, das reicht noch Okay Das ging auch gut Mal in die Wave clearen Gebt den, gebt den Gebt den doch Zucker Okay Ah, ich fang langsam an echt Katharina zu lieben, ne Ja Nachdem ich dann einmal verstanden hab, wie es richtig funktioniert Bin ich wirklich gut mit der Alter Ich hab seitdem noch nicht ein Spiel gefailt Mal Ja Oh doch 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 Ah den kriegen wir nicht mehr Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ich wollte da eigentlich den Dolch rüberschmeißen und nur dann da rüberspringen, aber Ich hab noch nicht so ganz geklappt Ich hab noch nicht so ganz geklappt Erzählten, was er eigentlich gut in der Zange nehmen können Oh shit Ah das sieht nicht so geil Ah das sieht nicht so geil Das sieht nicht so geil Das ist aber knapp Nee Ich wollte den Drachen noch unbedingt haben Ah, ich hätt den Protobald ge- Ich hätt den Protobald zünden müssen Und dann schnell hinterher springen Ah fuck it ey Ähm Ähm Ja Ich denke Dings ist eigentlich eine gute Wahl Im Stundenglas Bleib nah was Aber unaufhinbar für Feinde Ah War das der zweite Fehler jetzt Mein gut war das Fehler Ich hätte Wenn ich den Protobald jetzt mal gezündet hätte Wär ich näher ran gewesen Dann hätte ich auf jeden Fall den Kill kriegen können Ah das war jetzt aber dafür ein nice Zug Oh shit Wir leben hier noch Das sehen wir uns wieder auf den ready Ziv hier Ich habe mich entschieden Der Pony wollt uns alle vieren Hm So ist er gut Ich hab mich entschieden 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 Da ist wer Wir haben Hunger für sich da Die hätte ich nämlich gerne gehabt wegen der Abklingzeit Ah Top mein geh ich mal eben Holzen Tower H retten Mal ein bisschen Gold einkassieren jetzt verschwinde ich hier wieder und jetzt habe ich mir das gedacht oder jetzt ist das eingetreten was ich mir gerade befürchtet habe bevor ich die runde wieder angefangen habe ich muss übelst jetzt im rank Pissen zu gehen ist ziemlich ätzende Geschichte ich glaube der Xing der macht mich kaputt wenn ich da jetzt engagee der engage einfach so easy ok wenn er das nochmal tut dann ist der glaube ich am Arsch jetzt müsste ich mal eben da hinten da unten weiter korrekt die Minions die gehen durch die Minions gehen durch so könnte das natürlich jetzt doch ein Win werden so könnte das jetzt natürlich doch ein Win werden so könnte es nur zwei Mann Beren ist natürlich auch nicht so geil ok Beren haben wir 9 auf Ärger auch Ups, weil ich doch sie drühe. Was ist denn einfach so engagen, ne? Wie krank sie sind Wow, wir haben den ersten Rank eben gewonnen. Wow, wir haben den ersten Rank eben gewonnen, nach den Players mit Matches. Auf jeden Fall geil geworden. Und ja, wenn es euch auch gefangen hat, dann lasst ein paar Bewertungen da. Und ich will hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.